hallo und herzlich willkommen hier bei unserem ersten projekt zusammen und zwar left for the 2 also projekt von mir und dem das sind zusammen ja im moment so finde ich gibt so eine zombiewelle so irgendwie total viele filme und serien so mit zombies walking dead ist bestimmt bekannt so haben wir gedacht wir machen auch mal was mit zombies genau und wir werden halt die kampagne durchzocken also die ganzen kampagnen hier und die haben halt die wer das nicht kennt jeweils hier vier kapitel hatte zum beispiel diese kampagne und das halt dann auch immer unterschiedlich manche haben drei manche haben fünf ja wer nicht kennt man kann das spielt halt eine person und muss halt immer zum schutzraum kommen und dabei greifen sich als zombies an die muss man hat immer verschiedene zombiewellen wir werden immer so machen dass ein kapitel von einer kampagne so wie das gesagt hat eine kampagne hat ungefähr drei kapitel drei kapitel also ein kapitel dauert ungefähr so zehn zwölf 13 14 minuten so also sagen wir mal zwischen 10 und 15 minuten normalerweise der heißt pro tag kommt dann wie viel uhr wird es machen machen wir 18 uhr 18 uhr also jeden tag um 18 uhr kommt halt ein kapitel so also jeden tag eine folge fünf zwölf 13 minuten ungefähr wenn das nicht sein sollte dann kommen halt zwei kapitel da geht dann geht das wieder einmal 17 oder so also immer mindestens zehn ja genau und ja wir haben halt ich habe den charakter alles genommen und der das in den nick halt sind halt immer zu viert rum die anderen zwei sind dann computer die werden halt die computer laufen und dann die ganze zeit hinterher und schießen halt auch ja und zu den weiteren werden wir euch jetzt einfach gleich im spiel einmal sagen wir kennen schon die ersten paar kampagnen weil wir auf unserem alten kanal schon gespielt haben und wir fahren das spiel so gut haben wir gedacht mein gott von weit wieder von vorne an ist ja jetzt nicht wirklich schlimm und ja weil es definitiv ein cooles spiel ja das erste kapitel heißt auch ein infektionszentrum genau aber das erste kapitel weiß ich jetzt gar nicht das erste kapitel weiß ich nicht macht ja auch nichts hätte die ihr könntet ihr auch am anfang sehen habe ich jetzt nicht drauf geachtet ich auch nicht weiter heute ist der montag möchte ich schon mal darauf hinweisen morgen letztlich sehr spannendes zwischen fc bayern gegen bastelona war definitiv cool ich auch mal gespannt drauf morgen ja die ladezahlen sind aber echt das spiel ist auch schon ich weiß eben man ich frage immer 2009 glaube ich 2009 ich frage immer wie alt das spiel ist und dann vergesse ich das immer wieder wasser laut ja merke auch laut wasser laut okay also man kann sich jetzt hier am anfang sofort eine waffe nehmen also die primärwaffe gibt es jetzt hier noch nicht man kann jetzt halt entscheiden ob man eine nachkampfwaffe nimmt oder halt zwei pistolen aber ich nehme jetzt einfach mal zwei pistolen und halt eine primärwaffe ist halt eine akane m4 oder so halt auch genug und ich musste erst mal umstellen irgendwie war da total laut habe ich erst mal alles einmal und die mausempfindlichkeit war mir auch hiermit kann man sich ja natürlich heilen ist ja klar da hat auch jeder eins von gibt noch so nee das ist ein weiteres schnell kann sein hat das erste kapitel ein bisschen laut ist da tut mir leid kannst du jetzt den leiser machen ja ich hab da schon so leiser geht es nicht in game und jetzt habe ich zum beispiel adrenalin gefunden das ist auch dann ist man halt ein bisschen schneller mit rechts kann man die auch weghauen das gibt es natürlich auch noch dann gibt es halt auch das sind ja normale zombies hier die hier rumlaufen gibt es eigentlich nur fünf oder sechs verschiedene art zombies sind so spezielle zombies die machen halt immer was anderes die werde jetzt das ist immer ganz cool so poker pro kampagne manchmal gibt es keine polizisten oder so ist definitiv ganz gut gemacht zum beispiel in der kampagne ist dann hier der zombie als einzigster wir haben mal gucken wir uns so ein komischer spezieller zombie angreift gibt auch noch so du meinst du meinst du meinst du damit rich und so genau also tut mir auf dem feld schon mal leid wenn das echt ein bisschen laut ist ich werde gleich wenn wir in der ersten dings sind leiser machen weil ich jetzt dann auf desktop muss ja granaten gibt es auch drei verschiedene arten von es gibt molotow cocktail das weiß ich noch dann die rohrbombe und boomer kotze und boomer kotze ich habe jetzt die boomer kotze in hande welche ich euch jetzt gleich mal zeigen das ist ja dann wäre greifen alle zumbies den zumbies an den ich mit der boomer kotze voll gespuckt wieder voll geworfen habe sag ich jetzt mal und boomer wird uns gleich auch mal begegnen er wird uns dann auch ankotzen und damit greifen die oh halt uns an oh lebsche brennt einfach mal in das feuer schießen oh jetzt habe ich schon so eine desert eagle ich auch geht mega ab ja wir müssen hier lang geht mega ab ohne scheiß ja boah bei mir ist das aber auch voll laut ey und auf desktop kann ich das nicht mehr machen aber ich nehme das ein blitziger blüb mich auf du hast ne kettensäge die nehme ich jetzt ein paddel und ne kettensäge ne ne schocker will ich nicht lass mich doch mal hier raus nein ich lass mich nicht ah nein ach nur ich glaube wir sind wieder zurückgelaufen äh ich weiß nicht wie lang äh danke oh scheiße ja hier nein nein hilf mir boah ich will ja immer runter das ist eigentlich scheiße ich bin da sonst runter gefallen so jetzt können wir hier auch ein bisschen gemessen mit der kettensäge machen wo denn komm ja da kommt noch alle kommen alle her da ist ein ding ne 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 war nur nur mal zusammen ok hab nich getroffen in meiner 붓 auch kacke Alle ab in den Aufzug! Werdet ihr dann auch gleich nochmals sehen? Ja! Oh, oh, oh! Das tut mir leid! Lach nicht so! Ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was geht ab? Was geht hier ab? Wann ist das so rauchig? Da liegt ne primäre Waffe! Und ne Rohrbombe! Okay, die kommen! Einfach werfen! Ne Rohrbombe ist jetzt das piep! Und dann gehen die alle da hin und dann explodiert das Ding! Wie jetzt? Boom! Er tötet dann ungefähr alle! Ja, und die Pillen, die heilen halt wie... Jetzt nicht so wie Medikit, die halte ich nur... Die Pillen eigentlich nur vorüber gehen! Ja! Hier ist ein Medikit! Ich weiß ja gar nicht, wo lang, ne? Ich hab ne Schroffhinte! Ja, Schroffhinte... Ich weiß ja gar nicht, wo lang! Ja, da gibt's halt Schroffhinten, Sturmgewehre... Sniper gibt's auch noch! Da gibt's zwei verschiedene Dann gibt's doch nen Katana... Gibt es auch noch! Ja, halten einfach... Ja! Jetzt gibt's halt besondere Zombies und zwei ganz besondere Zombies! Einmal die Ridge, einmal den Tank! Und da werden wir dann halt sowas sagen, wenn die dann kommen! Da sind dann nochmal so... Oba! Besondere Zombies! Sag ich jetzt mal! Die auch besonders, weil teilweise schwer sind, aber... Da ist ein Boomer jetzt zum Beispiel gewesen, den ich jetzt abgeschossen hab! Und da ist ein Jockey, der springt auf den Kopf! Wie jetzt bei mir, da kann ich nix machen! Da muss halt einer von den Teamkollegen von mir... Hm, nicht befreien! Und halt der Boomer, der... Wenn der halt uns ankotzt, dann wenn der uns ankotzt hat, greifen die normalen Zombies uns an! Hier Schutzraum! Der erste! Und... Wenn der halt... Wenn man auf den schießt, explodiert der dann halt! Und... War das noch eben, bevor du Ende machst? Ja, warte! So, dann gingen wir jetzt wahrscheinlich schnell! Deswegen, äh... Da reden wir einfach dazwischen! Genau! Äh... Es ging jetzt so schnell, dass wir dann wahrscheinlich zwei Kapitel machen! Ja, machen wir jetzt einfach ein... Das zweite Kapitel auch noch im ersten Video! Ja! Oder würdest du eben cutten wegen Leiser machen? Ja! Ich cutte dann jetzt gleich eben kurz nach dem Ladebildschirm! Also hier kann man jetzt sehen, wer jetzt zum Beispiel die meisten Kills mit den Nahkampfwaffen gemacht hat! Oder wer jetzt halt die besonderen Infizierten getötet hat! Ja! Ja! Das ist definitiv cool gemacht, oder? Finde ich mega gut! Ja, ich hier! Ach, die meisten... H waren auch noch nicht so viele, ne? 1 und 3! Ja, dann cutte ich mal eben kurz und guck wegen dem Sound! Bis gleich! So, das ist jetzt aber wieder! Immer noch in der ersten Folge! Hier liegen hier wieder Waffen, halt... Pistolen... Schroflintor Maschinenpistole, ich nehme an, nehme ich Maschinenpistole! Also Medikits sind eigentlich immer am Anfang? Ja, es sind immer vier Stücke am Anfang für jeden einen! Und so geht das eigentlich immer! Alter, meine Mann, zum nächsten... Jetzt müssen wir wieder zum nächsten... Oh, da ist ein Tank! Da ist ein Tank! Ja! Die halten eigentlich nur besonders viel aus, um zu machen Schaden, ey! Ja, mehr nicht! Boomer! Okay, ein Hunter, ein Hunter! Das ist jetzt ein Hunter, der spielt auf mich drauf und macht mich einfach voll fertig! Und jetzt müssen wir erst mal eilen! Du musst mich verarzten! Soll ich die Wirt schon mal erklären, oder? Erst mal bis einer kommt! Kannst du auch jetzt schon erklären, wenn du möchtest? Ne Wirt ist so ungefähr so, die greifen dich nicht direkt sofort an, also die laufen immer rum und man hört so, die heulen dann immer so, also die machen immer so ein heulendes Geräusch und deswegen hört man die immer und wenn man die angreift, die töten dich direkt mit einen Schlag, aber dafür, also die halten eigentlich auch verviel aus, jetzt ist nicht so viel wie der Tank, aber doch schon mehr als normale Zombies, definitiv! Die machen halt normalerweise nicht mal mit einem Schlag tot, das ist dann schon, aber die töten wir trotzdem eigentlich mal! Und dann gibt es auch noch, hier zum Beispiel liegen dann in der Map auch manchmal Benzinkenister oder so rum und dann kann man die halt aufheben und rumwerfen, wenn man da draufkriegt... Dann ist ein Smoker, ist das richtig? Und ein Charger auch, das ist jetzt ein Charger, der auf den DAS hin drauf gesprungen kommt... Noch nö! Ja und der kommt dann halt angerannt und... Der macht auch Schaden, hält aber jetzt nicht so viel aus. Ja und der macht halt Damage und der nimmt sich einfach mit, bis eigentlich irgendwann mal ein Hindernis kommt. Ja, bis halt, wenn man irgendwo gegen knallt. Genau, gegen Auto oder gegen eine Wand oder so. Lev V3 kommt auch in dem Jahr, also wurde auf jeden Fall angekündigt. Ja und das wird... So, ja ich kann mich selber ein... Wenn du ihn kannst, kannst du ihn halt werfen, wenn man dann halt da drauf schießt, fängt alles an zu brennen. Ja da ist zum Beispiel Säure auf dem Boden, das macht einen Splitter. Ist auch noch ein besonderer Zombie, der hält eigentlich gar nix aus, aber... Ja, Schleim. Naja, Molotow Cocktail finde ich geiler. Ah, jetzt hört man die Licht schreien. Schönes Witz! Und dann halt, wenn man, man soll eigentlich Licht ausmachen, die keinen sehen, aber das ist ja langweilig. Hier geht halt gar nicht hoch. Ähm, wir gucken mal, wo die ist, aber ich glaub... Ah, da oben ist die. Toll mal gleich erst, oder? Erstmal die Zombies, oder? Ja. Ja. Ah, da ist, äh... Das war ein Smoker, der zieht sich... Der hat halt so ne mega lange Zunge, der zieht sich dann ran. Willst du mal scheiße, weil... Ach, da hast du die Ridge, ja. Mach's auf, dass du dich nicht trifft. Ah. Da ist die Ridge. Also die heult. Geh mal ganz hart ran und zeig mal. Also die heult, ja, und die sieht ja schon ziemlich... Brutal, zeig mal aus. So ein Molotow Cocktail werfen? Ja. Ja, und die rennt dann auf einen zu, wenn man die abschießt und... Ja, der hat Schlampe gesagt. Na, die haut er sich dann auch mit einem Schlag um. Die haut sich auch mit einem Schlag um. Wir töten ja nicht trotzdem immer, warum, äh... Ist einfach lustig. Außerdem gehört da zum Spiel dazu, wäre ja langweilig, wenn wir das nicht machen würden. Nein, hier gibt's auch gerade zum Beispiel auch... ...nach paar besondere Waffen. Sag ich jetzt mal wenig Granaten werfen. Warum auf mich die ganze Zeit? Der machte halt dann mehr, damit halt auch ziemlich lange nachzuladen und so. Ich bräuchte auch mal wieder Medikit. Das ist ja genau das Richtige. Ah, ist hier einer. Hat verliehnt. Kann man mal mitnehmen, ne Axt? Weit nicht. Stirb. Manchmal hat mir auch... Oh, oh, hier ist der erste Sniper. Von der Scar. Die Sniper nehm ich mir wahr. Ich auch. Ich hab Bock auf Sniper. Irgendwie ist hier keiner. Ach, dort da. Hey. Wollte schon sagen. Ja, dann komm. Da gibt's auch manchmal Missionen, die man halt in einer Mission... ...ja, in einer Kampagne machen muss. Zum Beispiel muss man Benzinkanister sammeln und ein Auto füllen. Halt sowas in der Art. Ja, genau. Und zwar... Ich will noch was sagen. Äh... ...kirchen oder so. Irgendwie so'n Scheiß. Ja. Ah, nicht getroffen. Oh, hinter dir! Habt ihr den anderen gesehen? Ja. Na dann Kompass, sag ich. Was ist denn das hier? Oh, 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 ein Waffenladen. Was nehmen wir denn mal? Das sind halt die beiden Sniper. Boah, ich nehm die Aknarbus. Dann gibt's hier zwei verschiedene... Ne, eigentlich gibt's drei verschiedene Schroffinden. Die, die und... Hier. Dann gibt's halt zwei Maschinenpistolen. Und aber ich nehm die M16, die finde ich ist die geilste im Spiel. Jetzt konntest du hier noch Laser dran machen. Bisschen halt präziser. Noch ein Medi-Kit. Wo? Hier hinten bei den Küsten. Jetzt haben wir nur mehr. So, ja, ich hab auch die Netze genommen. Schalter, okay. Der ist mega leiser, aber ist ja unter... Ist ja unter Twitter, könnt ihr einfach mitlesen. Okay, wir müssen Cola holen. Was denn hier hinten? Molotow. Okay. Ich bin seit 60 Jahren auf dieser Welt. Und habe noch nie jemanden über den Tisch gezogen. Wer kommt ihr? Hey, unterwegt sie die Ladentür. Na, ich hab's. Dann machen sie sich für den Kopf bereit. Okay. Ich hol die Cola dann und dann... Okay. 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 Okay, die kommt. Okay, die Cola ist dahin. Oh ja, wo kommt... Wo denn? Da. Ja, ich hab die Cola. Wo muss ich denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Ey. Nein, boah. Ich wollte nicht runterspringen. Da haut mich da einer runter. Ey, scheiße. Okay, ich... Ich muss da auch hinten hoch. Die ersten Level Camp war ja. Darum weiß ich auch eigentlich, wo man lang muss. Ja. Ich halte die auf, ne? Ich weiß ja auch, wo lang und dann... GESTIERB! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das wären ein paar viele. Ja, bin ich. Bin da. Okay, mach mal. Dankeschön. Boah, es hat explodiert, du. Ja. Also, wie gesagt, aber die Solo-Projekte, die werden denk ich mal so ab Mittwoch oder Donnerstag anfangen. Ja. Weil wir... Ihr müsst ja noch unter dem einen Video schreiben, was ihr sehen wollt. Oh, verlinkst du das? Ja, ne? Könnt ich verlinken, ja. Ja, das wäre ich auch für. Also, das erste Video von uns... Na ja, könnt ihr dann schreiben, welches Projekt wir machen sollen. Könnt ihr entscheiden. Ja, haben wir halt drüber geredet, so... Ich würde uns sehr freuen, auch. Ja. Haben wir halt drüber geredet, so ungefähr. Solo-Projekte haben wir einfach mal die ganzen Spiele hingeschrieben, die wir haben. Oder könnt ihr euch halt entscheiden, welches wir für euch spielen sollen und ja. So... Ist aber präzise, wenn du das Laser-Ding unten drunter hast. Hammer, ne? Find ich aber auch richtig übel, ey. Ja. Ja, wenn wir das beendet haben, kommt auch wieder ein neues Solo-Projekt von uns. Also, wie immer. Also, wird immer durchgehend ein... Ach... Zusammen-Projekt geben. Danach kommen 4-3 hatten wir vor, oder? Oder was war da? Ja, 4-3. 4-3, na ja. 4-3, ich stehe auf jeden Fall definitiv schon fest. Stimmt. Lade nach. Ja, da ist die... Die Schützraumtür. Wollte ich gerade sagen, ich habe keine Munition mehr. Wäre ja ganz gut, ey. Ah, ich war halt die Waffe. Dann heil ich mich mal eben kurz noch. Moment, ich muss mich verarzten. Ich mach da nicht zu. Achso, du hast dich heilen? Ja, habe ich ja gesagt, aber ist ja egal. Kannst ja danach machen. Ja, jetzt ist mein Medikit weg, warum auch immer. Und dann habe ich ja aber nicht geheilt. Aber... Es steht auch immer so, wer Tank am meisten Schaden macht. Die Witch kommt gleich auch noch, glaube ich. Ja. Der am meisten Schaden gemacht hat. Ja, oder? Der nächste... War das jetzt das Einkaufszentrum, oder ist das nächste das Einkaufszentrum? Jetzt kommt das Einkaufszentrum. Jetzt kommt das... Ist das der letzte, ja, ne? Ne, der vorletzte. Der vorletzte. Vielleicht evakuieren die weiter hinten. Jo, dann war das auch schon mal der erste Part dann für jetzt. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. War mal vorgestellt, schaltet auch wieder demnächst rein. Jo, haut da rein. Tschüss. 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 Tschüss.